PTZ-Kameras sind ja zugegebenermaßen jetzt nicht ultra sexy, aber die, die wir euch heute vorstellen, schon. Und zwar geht es heute um die neue Sony FR7 PTZ-Kamera und zwar eine PTZ-Kamera, der ein bisschen anderer Art, also sowas gab es noch nicht vorher und jetzt stellt sich die Frage, hast du überhaupt einen Unterschied gemerkt, weil sonst filmen wir ja mit der A7S Mark III, also schreib es mir mal unten in die Kommentare. Der nächste Take, der geht dann weiter mit der sonstigen Kamera. Und allein dieser kleine Einblick hat schon gezeigt, diese neue PTZ-Kamera von Sony kann mehr als andere PTZ-Kameras. Die FR7 soll sozusagen die größten Vorteile der sonst so flexiblen PTZ-Kameras, aber auch der jetzt Cine-Kameras kombinieren. Und da fragt man sich sehr schnell, wie soll das denn gehen? Aber Sony hat es tatsächlich geschafft. Nämlich mit, und jetzt nehme ich es direkt mal vorweg, mit dem allergrößten Benefit. Wir können jetzt endlich Optiken nutzen und austauschen, komplett neu bei PTZ-Kameras. Und allein durch diese Optiken kann man den Look natürlich deutlich verändern. Aber fangen wir erstmal von vorne an mit den wichtigsten Specs. Die Sony FR7 hat tatsächlich einen 35mm Full-Frame Sensor. Und rein optisch sieht sie dem Body der FX6 schon verdächtig eh nicht. Sie hat auch ein paar Funktionen der FX6 bekommen. Sie hat zum Beispiel einen variablen elektronischen ND-Filter. Sie hat einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen und kann bis zu 4K P60 aufzeichnen. Und zwar in XAVC-I 422 und 10-Bit und XAVC-L 420 und 8-Bit. Gerade das war ein sehr, sehr großer Wunsch von vielen Usern. Und wer will, kann jetzt zum Beispiel auch S-Log3 und in HEG aufzeichnen. HEG Live und HEG Natural, um genau zu sein. Aber auch S-Cinetone ist wieder mit dabei. Der Base ISO der PTZ-Kamera liegt bei 800 und bei 12.800. Ansonsten wird aufgezeichnet über SD-Karten oder auch über CF-Express-Karten Typ A. Intern kannst du aufnehmen, wie du es auch von den Kollegen aus der Cinema Line kennst, sprich FX3, FX6, FX9. Der Workflow ist nämlich sehr ähnlich. Und RAW kannst du auch bei der FR7 extern aufnehmen. Sie hat natürlich auch eine Autofokus-Funktion sowie auch einen Augen-Autofokus. Was die FR7 leider aktuell noch nicht kann, ist das aktive OPEC-Tracking in Form von Verfolgung. Also die Cam kann leider nicht wie beispielsweise die UE-150 eine Person verfolgen. Die ist ja sozusagen aktuell das Flaggschiff von Panasonic. Dafür hat sie das schon angesprochene Lens-Feature, was wirklich revolutionär sein könnte. Sony bleibt natürlich ihrem Ein-Mount-System treu. Du kannst also, wie du es bereits gewohnt bist, deine bereits vorhandenen, hoffentlich vorhandenen E-Mount-Objektive weiterverwenden, wenn sie denn geeignet sind. Aber gerade die Powerzooms eignen sich für diesen Fall natürlich ideal, weil dann alles über das Panel oder auch über das Webinterface gesteuert werden kann. Das wäre bei Festbrennweiten oder anderen Zooms leider ja nicht der Fall. Die kannst du natürlich je nach Gewicht und oder Länge trotzdem verwenden. Du musst aber den Zoom manuell steuern. Die Neigung und das Schwenken ist gar nicht mal so unbedingt das Problem. Das geht weiterhin. Genauso wie auch die Steuerung der Blende und des Fokus. Eine Liste der bisher getesteten Objektive siehst du hier und du findest die auch nochmal unten als Zusammenfassung von uns unten in der Infobox. Warten wir aber mal ab, was hier noch so machbar ist. Hier wird schätzungsweise noch einiges mehr möglich sein und auch Objektive zum Beispiel anderer Hersteller werden kompatibel sein. Welche das sein werden, bleibt abzuwarten. Da machen wir vielleicht auch noch mal einige Tests. Auch adoptieren zum Beispiel auf PL wäre sicher super spannend. Am besten eignen sich auch laut Sony das 16-35 Powerzoom und auch das 28-135 Powerzoom. Erst dachte ich, nicht dass das zu schwer wird. Aber nö, die FL7 hat gar keine Probleme. Auch mit so einer langen Optik wie der 28-135 Millimeter. Das Gute hier ist nämlich, dass man den Body ähnlich wie bei einem Gimbal zum Beispiel verschieben kann, sodass du dann den Schwerpunkt entsprechend anpassen kannst. Dann gibt es noch Rods. Mega geil. Also quasi direkt am Body sind Rods angebracht und dadurch kannst du die 28-135 zum Beispiel ideal anbringen und hast dann auch eine Stütze dran. Eben auch essentiell, damit dein Mount am Ende nicht leidet. Rein vom Neigemodus würde das auch ohne Stütze halten. Ja, aber du willst ja nicht, dass dein Mount kaputt geht. Generell schon ein sehr ausgeklügeltes System, finde ich. Also wir waren allesamt mega begeistert. Wir haben auch andere Zooms nochmal ausgetestet, einfach weil wir neugierig waren. Da hatte ich das 70-200 G Master 2 und das 24-70 G Master 2. Beides sehr, sehr beliebte Optiken. Deswegen habe ich es getestet. Beide dann auch mit maximaler Brennweite, um zu gucken, ja, geht das überhaupt? Händisch konnten wir die Brennweite ändern, auch ohne das System dann neu balancieren zu müssen in der Zwischenzeit. Ferngesteuert kann man dann selbstverständlich damit nicht zoomen, ist ja klar. Hier finden wir es natürlich irgendwie auch ein bisschen schade, dass Sony keinen ansetzbaren Motor mit anbietet, beziehungsweise die Schnittstelle. Aber wie sieht's hier mit den anderen Schnittstellen aus? Zum Glück hat uns Sony hier mit einem 12G SDI-Port sehr glücklich machen können. Ansonsten hat die PTZ auch noch einen HDMI-Ausgang. Genauso auch einen Gen-Log, einen Timecode in GPI, ein Port zur Ausgabe via Glasfaser und ein Ethernet-Port mit POE++-Unterstützung. Über den kannst du dann NDI-HX2 ausgeben. Hierfür benötigst du natürlich aber eine optionale, separate Lizenz. Das solltest du beachten. Die solltest du noch dazu kaufen, wenn du das nutzen willst. Audio können wir auch direkt in Kamera aufzeichnen und zwar sogar Audio über XLR. Die FL7 kann wie jede andere PDZ-Kamera auch remote gesteuert werden. Das ist ja auch Sinn und Zweck. In unserem Fall und wahrscheinlich auch in den meisten anderen Anwendungsfällen mit dem Sony RM-IP500. Vor allem für professionelle Produktion eignet sich das sehr, sehr gut. Aber auch im neu überarbeiteten Webinterface kann die Kamera bedient werden und auch gewisse Einstellungen ganz leicht getroffen werden. Man hat dort auch das Menü der Cinema Line zur Verfügung. Finde ich mega. Zum Beispiel hat die Kamera ja auch den ND-Filter und die kannst du dann im Menü anpassen, sowie auch die anderen Settings wie Blende, Gain, Weißabgleich und so weiter. Du kannst dir im Webinterface auch Presets hinterlegen, die du auch auf dem Remote Panel dann anwenden kannst. Man vergisst irgendwie schon fast, dass man nicht direkt am Gerät arbeitet, sondern im Browser. Und für das Verfolgen von Personen, da nutzt man dann selbstverständlich das Panel wiederum. Das Webinterface kannst du auch über verschiedene Endgeräte nutzen, über einen Laptop, einen PC, aber auch zum Beispiel am Tablet. Hier musst du darauf achten, dass du deine mobilen Endgeräte auch im selben Netzwerk hast. Jetzt stellt sich auch die Frage, wie smooth sind die Bewegungen? Mit dem Remote Panel kann man durch die verschiedenen Regler auch die Geschwindigkeit während des Zooms oder auch während der Fahrt generell noch anpassen und hat weitere Möglichkeiten dadurch. Hier siehst du auch noch mal ein Beispiel, wie smooth die Fahrten tatsächlich in der Anwendung mit dem 28135 sind. Wenn man dann in Richtung RCP denkt, wäre ja das S700P-Protokoll interessant. Das S700P-Protokoll wird in Zukunft erst integriert, also das kommt auf jeden Fall mit einem Firmware-Update, gibt es dann jetzt aber noch nicht. Und damit kann es dann genau wie bei allen anderen CineLine-Kameras, via RCP komplett alles steuern und auf die Farbtemperatur zugreifen. Was auch relativ neu ist, damit kannst du dann direkt zur Kamera gelangen, nämlich mit einem QR-Code im Gerät. Dann kommst du, sofern du dich eben auch im selben Netzwerk befindest, zum Webinterface der Kamera. Außerdem hat die FL7 auch ein Teddylicht am Body direkt. Wenn dieser oft rot blinkt, dann hat man die Kamera wahrscheinlich so bewegt, wie sie es nicht unbedingt will. Da beschwert sie sich nämlich. Bei der Aufnahme leuchtet sie aber dann konsistent rot. Und außerdem kann man sie bei Live-Produktion so konfigurieren, dass die jeweils live geschaltete Kamera leuchtet. Würden dich jetzt bestimmte Vergleiche mit anderen PDZ-Kameras oder anderen CineLine-Kameras interessieren, dann schreib uns mal deine Wünsche unten in die Kommentare. Da könnten wir bestimmt einiges machen. Stattdessen haben wir jetzt erstmal einen Mini-Test mit der A7S Mark III gemacht. Und da sieht man schon direkt, die geben sich beide nicht sonderlich viel und haben beide einen mega Output. Die FL7 bringt neuen Wind in den PDZ-Markt. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Endlich muss man sich nicht mehr zwischen einem guten Look und der Fernsteuerbarkeit entscheiden. Und bei der Planung von Studios bietet Sony nun ein ganzes Spektrum an Kameratypen, um Live-Produktion auf ein hohes Niveau zu bringen und zu produzieren. Die FL7 passt sich ideal in den Look der anderen Kameras der CineLine an. Sowohl durch die Farbprofile als auch die Tiefen und Schärfe, die mit dem Vollformatsensor jetzt erreicht werden kann. Wie geil ist es. Wir haben eine PDZ-Kamera mit einem Vollformatsensor. Auch, dass die Kamera jetzt den Variable ND-Filter verbaut hat, ist eine positive Überraschung. Somit kann auch in hellen Umgebungen endlich offenblendig gefilmt werden. Einzig bei der Optikwahl kann man wirklich noch hoffen, dass Sony noch nachlegen wird. Hoffentlich. Gerade an den Powerzooms. Viele PDZ-Kameras bieten ja schon 20-, 30-fachen Zoom an. Die aktuellen Powerzoom-Optiken können hier auf jeden Fall nicht ganz mithalten. Preislich liegt sie bei knapp 11.000 Euro. Also definitiv im höheren Preissegment, was PDZ-Kameras angeht. Aber irgendwie auch zu Recht, oder? Trotzdem stehen die ein oder anderen sicherlich vor der alles entscheidenden Frage, weil ja Optiken auch noch obendrauf kommen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr positiv überrascht von der Sony FR7 und es hat Spaß gemacht, sie auszutesten. Und wenn du jetzt weitere Fragen hast, ab damit unten in die Kommentare oder ruf gerne meine Sales-Kollegen an.